Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Platinum-Edition. Wir sind immer noch in unserer Flugmodelock unterwegs, haben aber jetzt mal Volkner einfach aus dem Fenster geschmissen und uns in 8. Orden geholt. Jetzt heißt es für uns Siegestrasse. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass Siegestrasse absolut unnötig finden und absolut hasse. Weil, naja, das ist es, was sie nun mal sind. Da kann ich nichts für. Hey, was sehe ich da? Du hast ja einfach alle 8. Orden aus der Senuriki umgeholt. Boah, du! Das ist so abgefahren. Ich bin ganz neidisch. Aber du hast doch lange nicht gewonnen. Weißt du, warum? Wenn ich nämlich der stärkste Trainer überhaupt sein werde. Glaubst du mir nicht? Ist aber so. Früher habe ich immer geträumt, als Tags für mein Papa zu sein. Aber jetzt stehen die Dinge anders. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, was es heißt, ein Trainer zu sein. Und darüber, was Pokémon sind. Schritt für Schritt werden wir immer zäher werden. Die Stärker sind zäher. Für den Moment werde ich dich nicht zu einem Kampf auffordern. Die gestehe ich nicht gerne ein. Aber du bist stärker als ich. Ach ja, wir müssen ja vor der Liga nochmal gegen den kämpfen, ne? Uh. Nicht viel stärker, aber es reicht. Ungefähr ein I-Tüpfelchen stärker. Ach, noch nicht mal. Ja, was ich sagen will, ist, dass ich dich in Windeseile eingeholt habe. Also, bei der Pokémon-Liga zu kommt. Sonst siehst du von mir nur noch Kondensstreifen. War das ein Freund von dir? Ich finde es so schön zu sehen, wenn Leute sich mögen. Das macht mich immer ganz glücklich. Muss es nicht schön sein, einen guten Freund zu haben? Jemanden, mit dem man alles, wirklich alles teilen kann. Jemanden, an dem man sich messen kann, ohne dass man sich gleich streitet. Irgendwie wird mir ganz warm, wenn ich euch beide sehe. Vielleicht findest du es ja seltsam, aber ich möchte dir gern dies zum Dank geben. Es ist zwar nicht viel, aber... Es ist immerhin die V7. Diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Verwendest du sie, kommst in die Pokémon-Liga. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Viel Glück. Können wir gleich mal Monster beibringen. Kaskade ist nämlich physisch. Damit hat Monster endlich mal eine zuverlässige Wasserattacke. Ist zwar nicht ganz so stark wie Surfer oder Nashweif, darf sie aber halt wesentlich genauer. Und eventuell erschreckt der Gegner zurück. So halt, Nashweif hat 90 Stärke, 90 Genauigkeit und die haben mit 80 Stärke und dafür 100 Genauigkeit. So halt, wir sitzen ja eh immer auf Genauigkeit, weil wir halt die jetzt brauchen. Und dort was nützen uns diese 10 Angriffspunkte mehr, wenn wir nicht treffen. Das ist schon doof genug. So. Dann lass dich mal ansehen. Ja, jetzt bei 133 zu 78 ist das schon ein ganz schöner Kraftunterschied. Und Monster hat schon so mal mit den speziellen Attacken ganz gut reingehauen. Tatsächlich ist der Spätzeitsorger als Schlechtester. Beziehungsweise eher Schlechtester als der Weitenkiss gerade aus. Ja, dann sollten wir für die Liga Togekiss als Donnerblitz oder Donneruser nehmen. So Feuersturm kannst du ja schon. Warum kann es eigentlich Feuersturm? Das ist eigentlich total dämlich. So halt, was treffen wir mit Feuer? Käfer? Pflanze? Stahl? Eis? Das treffen wir alles mit Aurasphäre und mit Luftschnitt zusammen. Wir brauchen Feuersturm eigentlich gar nicht. So Feuersturm ist halt wirklich nur für so ein paar Typkombinationen da. Halt sowas wie Bronzel zum Beispiel. Das war's halt aber auch schon. Oder für Rexbyser zum Beispiel. Das ist ja doppelt schwach dagegen. Aber halt, Eis und Stahl treffen wir mit Aurasphäre. Und Pflanze und Käfer treffen wir mit Luftschnitt. Was halt wesentlich akkurater so einen Step kriegt. Und Aurasphäre geht niedernehmen. Und wir sollten hier vielleicht nicht mit Alien antreten. Dann geht das mal Keks wieder ein. Eigentlich können wir hier, solange wir auf dem Wasser sind, eigentlich Monster am besten einsetzen. Es kann Dollarblitz gegen andere Wasserpokäne und ist resistent gegen Wasserattacken. Moment. Wir gehen erstmal Sachen kaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht mehr so viele Heil-Items haben. Und Schutz haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Und wir haben noch eine ganze Siegestraße vor uns. Ich will nicht, dass es am Ende dann ein paar Heil-Items scheitert. Ich meine, wir können es uns leisten. So, tatsächlich würde ich aber auch ein bisschen Geld sparen wollen. Dann können wir eventuell noch Münzen kaufen. Und halt eventuell noch eine Donnerblitz-TM an den Start kriegen. Das ist mir lieber, als wenn wir in die Liga mit einem Donnerblitz, äh mit einem Donner gehen. Und wir brauchen eventuell noch eine Eisattacke. Das wäre nicht schlecht für Knackrack. Da werden wir auf jeden Fall auch noch einen Konter für haben müssen. Suchen irgendwie. Halt, ich weiß. Monster lernt noch Drachentanz und so. Und wir haben jetzt die physische Attacke. Aber das Ding ist, ich will nicht mit Drachentanz spielen. Drachentanz ist zumindest nicht auf Monster. Drachentanz ist halt absolut billig. Und Gerardus ist halt schon ein hervorragendes Pokémon. Das kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Ich fühle mich ja schon dezent schlecht, dass wir überhaupt mit einem Gerardus spielen. So, ihr erinnert euch, wenn wir normalerweise in den Nasslock spielen? Verzichten wir mal auf Gerardus so halt. Wir haben quasi so eine Anti-Gerardus-Klausel. Also von daher will ich jetzt nicht nur mit Drachentanz spielen. Auf Altaria vielleicht. Altaria hat schlechtere Angriffswerte. Selbst wenn sich ein Altaria aufplustert, dauert das eine Weile, bis es an die Performance von einem Gerardus kommt. Ich habe übrigens nachgeguckt. Es gibt hier, auf der Route hier tatsächlich, gibt es Mann-Tipps. Allerdings, es gibt keine Mann-Takts. Das heißt, wir müssten entweder das Rooster-Klausel wieder sehr großzügig auslegen, wie wir es bei Gerardina gemacht haben. Und einen Remorate fangen. Oder ich tausche es einmal. Auf eine andere Edition, wo es einen Remorate gibt. Das ist technisch gesehen nicht gegen die Regeln. Auf der anderen Seite hat Mann-Tipps halt nur eine Spawn schon von 10%. Und wir alle wissen, wie viel das ist. Wenn man mitdenkt, wie lange ich nach Stichlo gesucht habe. Und das benutzen wir nicht mal. Ich denke, das werde ich dann halt im Off vorbereiten, wenn wir die Liga-Vorbereitung machen. Beziehungsweise, wenn ich die Liga-Vorbereitung mache. So, das Ganze erspare ich euch ja. So, halt, wir müssten noch ein bisschen grinden, auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich noch ein paar IVs resetten. Dann vielleicht noch ein bisschen IVs hochpushen. Vielleicht noch ein paar Movesets verbessern. Herzschuppen-Farm. Es ist noch eine Menge zu tun. Naja, und halt. Calculations durchgehen. Jedes einzelne Top-IV-Mitglied. Team angucken. Attacken angucken. Eventuelle Gefahren rauspicken. Und durchkalkulieren, welches Pokémon wir am besten verwenden. Das dauert ein bisschen. Weil gut, bis auf Cynthia, finde ich, geht die Platin-Liga halt auch voll. Das mochte ich an der Smaragd-Edition. In der Smaragd-Edition sind diese Arena-Kämpfe und diese Top-IV-Kämpfe, sind die halt total knackig. Aber halt, ich sag mal, sie sind fair-knackig. Ich glaub, so die Smaragd-Editionen sind halt tatsächlich mit das beste Balancing. So halt, die gegnerischen Pokémon, also von den Arena-Tan und den Top-IV-Kämpfe haben ja so ziemlich Maximalwerte. Also nicht ganz, sie haben maximale IVs, aber keine Fleißpunkte verteilt. Oder sie haben IVs und ein paar Fleißpunkte verteilt. Jedenfalls kommen sie immer so rum auf die Werte rauf, die sie halt haben, wenn sie halt. Maximal-AVs haben und keine Fleißpunkte haben. Ob sie jetzt Fleißpunkte haben und nicht Maximal-AV haben, sei mal dahingestellt. Ich hab mir nur die Plain-Stats angeguckt und nicht genau die Aufteilung, weil an sich ist es egal. Oh, manntags. Das sollte manntags eigentlich. Na gut, manntags ist doppelt schwach dagegen. Auf der anderen Seite ich hab' ne gute Spezialbataille und wir haben eine ziemlich schlechte. Ich sag' Hälfte. Gut, das war nicht die Hälfte. Das hat da doch ein bisschen mehr reingeknallt. Achja, ich vergaß, das hat überlevelt. Also halt, dem Mantags gegenüber. Naja, und halt, die hatten teilweise ins Maragd auch relativ starke Strategien am Start. Tschüss, Mantags. Naja, wir sind schnell an, dann können wir mal Kaskade einsetzen. Spann. Überall, wir können gleich auch weiter Kaskade einsetzen, dann sparen wir uns die Darnabits-Anwendung. Für den 1KP lohnt sich das nicht. Natürlich setzt uns das einmal und wir sind paralysiert. Wetten, wir springen gleich wieder hoch. Jetzt sind wir auch noch paralysiert. Ich glaub', ich wechsle gleich auf den Schellabts-Pugborn. Ähm... Kicks. Mantags hat keinen guten Angriff. Plus, wir haben ihn den Angriff schon runtergehauen durch den Bedroher. So. Kein Ding für Kicks. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Movesets. Die Pokémon, der Arena-Natter und von den Top 4 hatten in Smaragd halt noch relativ gute Movesets am Start. Beziehungsweise halt, ähm, ein ineinander synergierendes Movesets. So halt zum Beispiel das Citra-King von Argan hatte halt Drachen-Tanzen-Bodys. Pff, was machen wir denn da als zweites hin? Nehmen wir ja... Nehmen wir Kicks. Kicks braucht die EP. Weil Kicks könnte für den Doppelkampf ein bisschen zu fragil sein. Das gefällt mir nicht so. Müssen wir gucken. Eventuell müssen wir tauschen. Aber halt, die Kämpfe waren jetzt nicht so unfair wie jetzt irgendwie in den Sindu-Remakes. Die waren ja halt anders unfair stellenweise. Ja gut, also ich glaub mit dem Wingel und Meryl kommen Kicks klar. So zerbrechlich wie es sein mag. Wir gehen gleich mit Drachen-Bodys auf das Wingel und das Meryl greifen wir mit Kicks an. Da rechnen wir niemals mit. Boah, Giftstreich und ab geht's. Sag ich doch. Da hatten sie keine Chance. Oh, das besitzt sie gleich selbst. Krass. Naja, nicht mal. Dafür hat's doch nicht gereicht. Ob Tillerie kann eventuell Ladestrahl. Ich weiß gerade nicht, ob es das per Level ablärmt, aber halt. Es würde mich nicht wundern. Ob Tillerie lernt viele Strahlattacken per Level ab. Züge Strahl, Aurora-Strahl, you name it. Ob Tillerie kann's. Und ich mein, dieses kleine Meryl ist jetzt nicht wirklich eine Bedrohung fürs mit seinem Risiko-Tackel. Außer man hat sich gerade selbst besiegt. Da waren wir einfach schlau. Ja, manchmal sind wir auch schlau. Also ich zumindest. Ihr seid immer schlau. Ich manchmal nicht. Gehen wir zuerst auf das Pelipper, dann haben wir eine komfortabte 2 gegen 1 Situation. So ein kleines Winkle dürfte halt auch nicht gefährlich für uns werden. Wir müssen hier das Ziel auswählen aktiv. Ist ja nicht so wie in den späteren Generationen, wo man einfach durchklicken kann und das Spiel automatisch die Gegner anvisiert. Und danach müssen wir die AP von Donnerblitz wieder auffrischen, wo wir gerade beim Thema sind. Tata. 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 Großwurzel eigentlich mal an Magnum geben. Das trägt gerade kein Einzimmer. Und durch die Großwurzel wird der Gigasorger ein bisschen effektiver. Bin ich so falsch abgebogen? Nein, warte. Wir waren schon richtig. Müssen uns gleich einfach nur in der Wand entlang halten. Da ging es nicht weiter. Oh, warte. Das ist ein sehr hoch geleveltes Tentoxa. Ich glaube, das nehme ich für die EP mit. So viel Schaden sollte es nicht machen. Sag ich doch. Wir allerdings auch nicht. Oh, jetzt vergleichen wir das mal mit einem Kaskade-Schaden. Das ist zwar ineffektiv, aber Tentoxa ist dafür defensiv nicht so ausgelegt. Das macht ungefähr gleich viel. Können wir bei Kaskade bleiben, dann sparen wir uns die AP von Donnerbiss. Hoffentlich lohnt sich das auch. Das war knapp. Na, immerhin noch Leveler. Ja, meinst du das gut? Gut, ich gebe dir einen Trank. Bleib mal ganz knuffig. Alles gut. Das war alles einkalkuliert. Und wieder so nass. Ich meine, da ist es kühl und nass. Hoch mag jetzt auch sein. Es ist immerhin ein Meer. Aber es ist vor allem kühl. Und nass. Haben wir nicht gerade erst den Schutz wieder eingesetzt? Ich glaube, die Dinger halten auch nicht mehr, was sie versprechen. Ah, da bist du ja mal hoch. So, jetzt sind wir immerhin schon bei der Siegestraße. Ich weiß nicht, ob wir die Siegestraße jetzt noch schaffen. Wir haben ziemlich getriddelt auf der Route gerade. Naja. Wir boxten uns da einfach irgendwie durch. Ich glaube, die Siegestraße war hier auch gar nicht so lang. Kann mich natürlich täuschen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte für eine Sekunde, sie haben mir die Musik vergessen. Kannst du mich irgendwo wieder hoch? Ich meine, hier war es gleich mit... Wow. Naja gut, wenn man sich daran verläuft, so wie ich, muss ich ehrlich sagen, so oft war ich hier noch nicht in der Siegestraße. Da oben müssen wir lang. Da ist ein Kampftyp. Kann der sich gleich mit Colgato anlegen? Oh, das ist gar nicht lang. Naja, dann kann die sich eben mit Colgato anlegen. Auch kein Ding. Das kann ein langer Kampf werden. Colgato, du schaffst das. Wir könnten jetzt einfach wechseln, ob man das physisch angreifen kann. Aber gucken, wie viel der Eurasphäre macht. Ich meine, auf der positiven Seite Hytera ist jetzt auch nicht so, dass Pokémon das gut austeilen kann. Ja, wir wechseln. Das dauert mir zu lange. Ach, wenn wir schon mal hier sind. Das dürfte ja nicht sehr viel Schaden machen. Hingegen wir sind jetzt voll vorbereitet. Tada! Und wir haben noch den Boost vom Schwertanz. Das heißt, wir können jetzt ruhig drin bleiben. Na, aber meint, wir können nicht drin bleiben, wenn das Vinnontor schneller ist, als wir sind, wir haben Fratze. Auf der anderen Seite das Vinnontor. Ist ein paar Level unter uns. Und wir haben eine Gesteinsattacke. Ist irgendwie witzig, dass wir in der Eisarena kein Vinnontor gesehen haben. Ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, ne? Ist sogar ein weibliches Vinnontor. Das hätte auch ein Frastetier sein können. Wenn der Magnuson hört sich immer an, als würde das Lachen. So, als wäre das so eine ganz hysterische Lache. Ich sag doch, es ist ja, dass wir das Lachen. Ja, wir sind hier richtig. Wir müssen hier unten lang. Alles andere interessiert mich erstmal nicht. Ich will erstmal den Weg zur Liga klar machen. Und das möglichst gefahrenlos. Ist nur gegen den Kämpfen. Ja. Na gut, der steht uns recht nicht im Weg. Warmutel. Krass. Ja, wofür haben wir Aurasphäre? Warmutel haben wir auch nicht gesehen, ne? Und das, obwohl das die siebte Arena war. Das ist schlecht. Gut, dass wir ein bisschen höher sind vom Level her. Wer hätte denn ahnen können, dass man möchte, dass genau mit einem KP überlebt. Und das Ding. Hamidon. Wechseln. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass wir das mit Aurasphäre one-shoten, aber wenn es halt wieder mit einem KP übrig wäre, können wir die, ja, die berühmte Ark-Karte im Kopfstoß. Also, das hätte auf jeden Fall gekillt. Und Alien kann den Job genauso gut erledigen. Plus, Alien ist nicht schwach gegen Gesteinsattacken. Und hat eine gute Verteidigung. Also sollte das eigentlich ziemlich gut funktionieren. Verdammt, da fällt mir hin, ich wollte Ramayda noch shiny handen. Beziehungsweise Cognodon. Aber ich habe halt irgendwie keine Lust auf die Zindor-Remakes, weil die so unglaublich langsam sind. Ach, Dinge. Das sind erst, das sind richtige First-World-Problems. So, wisst ihr noch, wo ich in der Boden Monolocke gesagt habe, ey, shiny Rockball. Das hat mir erst mal gereicht. Es hat genau 1100 und genau, ohne Scheiß, I kid you not, 11 Eier gebraucht. Und das mit Masuda-Ods. Also von daher, ich bin da erst mal raus, was shiny handen angeht. Oh, ich hätte Kiss heilen sollen. Ich meine, äh, Alkoholatte. Hi, Pixie. Na, dann machen wir es eben. Theoretisch können wir Pixie halt mit der Aurasphäre erledigen. Nein, es nimmt uns unser Vorteil. Wir fliegen nicht mehr. Unsere wunderschöne Bodenresistenz, sie ist weg. Ja gut, dass wir speziell angreifende Reflektor ist uns erst mal in erster Linie egal. Hallo, Schöpterra. Ach, Schöpterra ist auch ein tolles Pokémon. Seht es euch an. Ach ja, wir können jetzt ja von Erdbeben getroffen werden. Upsi. Mein Fehler. Na gut, wir sind full life. Halle wird über dem, Schöpterra. Unsere Verteidigung ist es nicht die schlechteste. Wir überleben das. Das war sogar ein Volltreffer und den haben wir überlebt. Gebt es zu euch. Ist schon wieder der Arsch auf Grundeis gegangen. Ihr habt gedacht, wir verlieren Kulgarte. Keine Sorge. Togekitz ist ziemlich tanky. Und das war auch unser Glück. Aber halt, wie diese Schöpterra schon wieder nicht zurückgeschreckt ist. Als hätten unsere Gegner irgendeinen Schutz, dass sie nicht zurückschrecken können. Aber gut, ich schätze, wir machen hier eine Pause an der Stelle. Oh, hier gibt es Steinkante an der Stelle. Ich glaube, wenn man da weitergeht, gibt es Steinkante. Die TM hätte ich schon ganz gerne. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erst mal Pause. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann holen wir uns die TM, die da liegt, meine ich zumindest. Und dann sollten wir auch den Rest der Siegestraße schaffen. Können wir noch mit Barry kämpfen oder mit Lutz vielmehr. Und dann gucken wir mal, was die Liga bringt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich vielmehr mit einem Tschaui.